So, ich habe freundlich gefragt und dann kriege ich auch eine freundliche Antwort. Natürlich geht es nicht zum Diebstreich zurück, ne? Was für ein Zufall beim All You Need Is Love Café gibt es ein All You Need Is Love Tree. Tja! Super! Next time! Hey Leute, hallo! Ich bin auch so neben Peppers unterwegs heute. Ich bin echt aufgeregt. Kennt ihr das neue Album schon? Ja, klar. Viel Spaß auch! Bis später! Ja! Cool! Hier geht es los mit dem Welttournee in Europe. Hi there, I'm S-Design. It's like a beast stock. You can't imagine. Hello Hamburg. Hello Hollywood. Since 4 o'clock in the afternoon, the people are going inside the stadium. And it's not the stadium, it's the stadium. Wow. Wow. Listen to the bees. What? cool. Even me, I'm wondering how all these people get into this. It's a fantastic new album. You have to see it open air. Yeah. You have to see it open air. Yeah. You have to see it open air. You have to see it open air. You have to see it open air. Oh ich dachte... Zeit hier ja. Fuck, hey, es ist mein Lieblingsweg. Das war's für heute. Wachstum Sollte Das war's für heute. Aquatic Mountain Aquatic Mountain Aquatic Mountain Das ist mein Lieblingssong 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 Pilings . . . . Woh-oh-oh! Woh-oh! 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 Blimey, danke so much! Hey, ich wünsche dir, dass wir hier wirklich ein Rave auf der ganzen Straße haben. Alle die Leute, die die Peppers lieben, lieben. Imagine, wir Rave. Go, hey, let's see you. Fuck, ich habe gerade versucht, hier ein Ticket bekommen von jemandem. Und habe da echt die Kamera schon abgegeben und schon einen Zettel bekommen von der Kamera. Ja, ja, das ist los und wieder hat gesagt, wer soll ein Kilmer heißen, der so getrunken, ne? Ja, Kilmer, wollen die eigentlich kennen. Und die Doors, Don't. Also, und der Typ hat... Das ist ein langer Umschlag, da ist ein Tim drauf. Ja, fake. Genau da war er. Ich könnte jetzt auch nicht natürlich bei den Freunden sein, wenn man hier tanzt, man tanzt nicht. Alles klar? Ja. Jetzt kommt er weiter. Evalidance an der Scooter? Wie geil ist das, da? Ja. En plus, merde, ich fülle d'avant. 2-0. 2-0. Und wieder. 3-0. 3-0. 3-0. 4-0. 4-0. 5-0. Alter, ich kann natürlich nicht mal, wenn du hier drauf bist, ne? Pff, mein Herz. Pff, mein Herz.